Dramatische Bilder beim Digitalgipfel in Dortmund. Peter Altmaier ist am Ende seiner Öffnungsrede von der Bühne gestürzt, als er eine Treppe heruntergehen wollte. Der Wirtschaftsminister blieb bewusstlos auf dem Boden liegen und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Der Digitalgipfel wurde zeitweise unterbrochen. Die Teilnehmer gebeten, den Saal zu verlassen, während der Minister behandelt wurde. Der 61-jährige Saarländer war kurz darauf wieder bei Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus gebracht.